Also Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich eine geführte Meditation für dich, die dir dabei helfen soll, in ein gewünschtes Paralleluniversum zu shiften. Denn im Endeffekt ist es so, die Realität, die du jetzt gerade in diesem Moment erlebst, das was du bereits erlebt hast und das was du erleben wirst, ist nur eines von unzähligen Paralleluniversen bzw. eine Lebenslinie, die du erfahren kannst. Und es gibt unzählige verschiedene Paralleluniversen. Es gibt eine Version von dir, die ist bereits gestorben. Es gibt eine andere Version von dir, die ist noch gar nicht geboren worden. Es gibt eine Version von dir, die ist unglaublich glücklich, erfüllt, hat ihren Traumpartner, ist reich, gesund und so weiter. Aber es gibt auch eine Version von dir, die lebt vielleicht schon unter der Brücke oder wird in der Zukunft unter der Brücke leben. Und es gibt auch eine Version von dir, die hat alles genau so gemacht, wie die Version von dir, die du jetzt gerade erlebst. Jeden Schritt, Millimeter genau, genau so gemacht, wie du es erlebt hast. Und diese Version befindet sich jetzt in diesem gegenwärtigen Moment genau an derselben Stelle wie du. Und schaut auch gerade dieses Video. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal grafisch anschauen, dann sehen wir, dass du dich jetzt gerade in diesem gegenwärtigen Moment befindest. Im gegenwärtigen Moment der grenzenlosen Möglichkeiten. Denn in diesem Moment hast du die Möglichkeit, dich auf unzählige Lebenslinien einzustimmen. Wenn du nichts veränderst, dann wirst du ganz einfach die Lebenslinie weitergehen, die du bereits die ganze Zeit gegangen bist. Dann wird sich nichts verändern und dein Schicksal ist besiegelt. Das ist es, was die meisten Leute tun. Sie sind sich nicht bewusst darüber, dass sie ihre geistige Ausrichtung auf ein anderes Paralleluniversum ausrichten können und dadurch ihre Lebenslinie shiften können. Du kannst jetzt aber durch die Meditation einfach die Lebenslinie wechseln und so dein Schicksal verändern. Denn es gibt eine Lebenslinie, auf der wirst du extrem glücklich sein, gesund sein und erfüllt sein. Es gibt aber auch eine Lebenslinie, auf der wirst du in deinem Leben niemals dein Glück finden. Oder eine Lebenslinie, auf der wirst du relativ früh sterben und so weiter. Es gibt unzählige Lebenslinien und dementsprechend auch unzählige Schicksale, die du erleben kannst. Und du hast die Möglichkeit, dein Schicksal selber zu wählen. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich schwingungsmäßig auf das gewünschte Potenzial, auf das gewünschte Paralleluniversum einzustimmen. Und dabei wird dir diese Meditation helfen. Die Meditation ist eine Abwandlung der Pure-Methode von Frederick Dodson. Pure bedeutet so viel wie Parallel Universe Reality Emulator. Und das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr mächtige Meditationsmethode, die du nutzen kannst, um in ein anderes Paralleluniversum zu shiften. Aber bevor wir mit dieser Meditation anfangen können, musst du dir erstmal im Klaren darüber sein, in welches Paralleluniversum du eigentlich shiften möchtest. Im Optimalfall weißt du schon, wo du hin möchtest. Falls du noch nicht ganz sicher bist, dann schreib dir am besten auf, wie würde dein Traumleben aussehen. Wie siehst du aus in deinem Traumleben? Was für Sachen machst du in deinem Traumleben? Wo lebst du? Was für einen Partner hast du? Und so weiter. Schreib das Ganze so detailliert wie möglich auf und so, dass du dir eine Szene in deinem Kopf vorstellen kannst, die du visualisieren kannst. Wenn du das gemacht hast, dann können wir mit der Meditation anfangen. Dafür setzt du dich erstmal hin. Wir lassen erstmal die alte Version los. Wir müssen erstmal wieder in unseren Nullpunkt zurückkehren und aus diesem Nullpunkt heraus beobachtest du dann das Paralleluniversum, die Version in dem Paralleluniversum, die du erleben möchtest. Du schaust einfach aus der dritten Person sozusagen von außen auf diese Version von dir drauf. Und dann im letzten Schritt shiften wir in diese Version rein. Dann gehst du rein in diese Version, in die erste Person. Du siehst wie diese Person, du fühlst wie diese Person und du wirst richtig in dieser Realität aufgehen. Es kann sein, dass du in diesem Moment so viel Freude empfindest, dass du hochspringen möchtest oder dass dir vielleicht sogar Tränen vor Freude kommen. Im Außen wird sich noch nicht sonderlich viel verändert haben. Die Außenwelt ist immer noch dieselbe, aber du bist nicht mehr derselbe. Deine energetische Ausrichtung hat sich durch diesen Prozess verändert. Und dadurch bist du auf eine andere Lebenslinie geschiftet, in der du eben eine ganz andere Erfahrung machen wirst, als auf der Lebenslinie, die du sonst erfahren hättest. Und was auch passieren kann nach dieser Meditation, nach diesem Shift, es muss nicht passieren, aber es kann passieren, ist einfach folgendes. Und zwar, dass dein Leben in manchen Teilen scheinbar zusammenbricht. Und zwar kann es sein, dass du einen Shift vornimmst, auf eine Lebenslinie wechselst, die so weit von deiner aktuellen Lebenslinie entfernt ist, dass sehr, sehr viele Sachen erstmal aus deinem Leben entfernt werden müssen, damit Platz für Neues da ist. Denn alles, was schwingungsmäßig nicht mehr zu deiner neuen Lebenslinie passt, wird logischerweise aus deinem Leben verschwinden. Also wenn dein Partner schwingungsmäßig eigentlich gar nicht mehr zu deiner optimalen Version passt, dann werden sich eure Wege trennen. Wenn dein Job nicht mehr zu dir passt, dann kann es sein, dass dein Boss dir kündigt und so weiter. Aber das sind wie gesagt nur kurzfristige Unannehmlichkeiten, da das Universum einfach den Weg des geringsten Widerstandes geht und Platz für neue Sachen schafft. Es ist wirklich eine sehr, sehr mächtige Methode. Also wenn du so weit bist, dann lass uns gleich mit der Meditation anfangen. Begib dich für diese Meditation an einen ruhigen Ort und vergewissere dich, dass deine Benachrichtigungen auf stumm geschaltet sind, damit dich keiner stören kann. Wenn du so weit bist, dann setz dich gerade hin, schließ deine Augen und atme tief ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Entspann dich. Entspann all deine Muskeln. Lockere deinen Kiefer. Entspann dich vollkommen. Beobachte all die Gedanken. Beobachte, wie sie vorbeiziehen. Wie die Wolken am Himmel. Deine Gedanken ziehen vorbei. Du bist nicht deine Gedanken. Gib die aktuelle Version von deinem Selbst auf und bereite dich vor, sie loszulassen. Du wirst jetzt in deinen Nullpunkt zurückkehren und all den Ballast hinter dir lassen. Dafür führen wir jetzt drei Sätze einer einfachen Atemübung durch, bei der du erst sechs Sekunden lang tief einatmest, dann den Atem für drei Sekunden anhältst, danach wieder für sechs Sekunden ausatmest, während du ein Sch-Geräusch von dir gibst. Und dann hältst du den Atem nochmal drei Sekunden an und dann kannst du wieder normal weiteratmen. Also, wenn du soweit bist, fangen wir mit dem ersten Satz an. Sechs Sekunden tief einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei Sekunden anhalten. Zwei, drei und... Drei, vier, fünf, sechs. Und drei Sekunden anhalten. Zwei, drei. Atme entspannt weiter. Okay, wenn du soweit bist, dann machen wir weiter mit dem zweiten Satz. Sechs Sekunden tief einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei Sekunden anhalten. Zwei, drei. Zwei und sechs Sekunden ausatmen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und drei Sekunden anhalten. Zwei, drei. Atme entspannt weiter. Fühl einfach, wie du dich immer leichter und leerer führst. Okay, noch ein allerletztes Mal. Für sechs Sekunden tief einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei Sekunden anhalten. Zwei, drei und... Tsch, drei, vier, fünf, sechs. Noch drei Sekunden anhalten. Zwei, drei und atme entspannt. Weiter. Fühl, wie du dich einfach deutlich leichter fühlst und wie die Stimme in deinem Kopf ein wenig leiser geworden ist. Und wenn du so weit bist, dann wirst du jetzt beobachten, wie du deine neue Realität erlebst. Schau einfach von außen an, was für einer traumhaften Szene du vorbeifährst und wie du deine Freiheit genießt. Beobachte, wie du dein Traumhaus erlebst, wie groß es ist und was für eine atemberaubende Natur es umgibt. Schau einfach von außen, wie du all diese Dinge erlebst. Beobachte, wie du all das tust, was du liebst. Du verbringst deine Zeit so wie es dir lieb ist. Schau, wie elegant du dich bewegst, wie viel Energie und Freude du ausstrahlst, während du dein Leben mit deinem Traumpartner genießt. Schau, wie glücklich und erfüllt du bist. Erzwinge es nicht, lass es einfach kommen. Nachdem dich das zufriedengestellt hat, fahre fort mit dem nächsten Schritt. Du wirst gleich eintauchen in den Körper von der Version von dir, die diese Realität erlebt. Also mach dich bereit. 3, 2, 1. Du bist nun in dem Körper deiner Version, der die Realität erlebt, die du erleben möchtest. Nun fühlst du alles. Fühle deine neue Realität. Du berührst sie, du riechst sie, du fühlst sie und du hörst sie. Du bist komplett, vollkommen eingetaucht in deine neue Realität. Du fühlst all die Emotionen, die Dankbarkeit, die Erfüllung, die Freude. Du fühlst dich gut. Das ist deine neue Version von dir. Du bist nun die Person, die du dir zu sein wünschst. Es ist passiert. Es ist wahr. Es ist im Hier und Jetzt. Entspann dich einfach in deiner neuen Realität. Genieß es. Du bist bereits diese Person. Nun mach dich langsam bereit, deine Augen zu öffnen. 3, 2, 1. Öffne deine Augen. Du bist nun in die Version von dir eingetaucht, die du sein willst. Du bist bereits diese Person. Lebe einfach dein Leben weiter als diese Person und entspann dich in deiner neuen Realität. Der Shift ist nun komplett. Du hast dieses Paralleluniversum betreten, indem du die Version bist, die hat, was du dir wünschst. Und deine alte Version hast du in diesem Prozess hinter dir gelassen.